Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Feigelei! Allein dafür müsste man ihn auf die Wand stellen! Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Ich soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Mein Führer, rufen in Berlin und in Berlin. Ja, vielleicht schon dort! Ein weltfremder, unbereichenbarer Götzler gegen... Wir müssen jetzt handeln! Hora, Sie wissen, dass Palino da artilleriefeier liegt. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Ganz halte Armee im Kehrtwacht! Kapitulieren, niemals! Das ist ein Pöhrt! Was hat er da was gemacht? Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Die Generalität ist doch geschmolz des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehren! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Mit dem Widerstand, ich bin weggelegt! Meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Wenn entlösen wir die Westfront, haben Sie noch zwei Fälle an Ihrem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Ein paar Vanilla-Faulpilz! Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Rotten erhobert! Und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Rotten verteidigen! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Eine Punkanlage. Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Wenn flammbar, unbereichebarer Künstler, all die anderen... Ja, 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 ja! Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe... ...hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen! Das Zivilbevölkerung ist unumstehend! Wir werden die Schäden nicht kontrollieren! Statt! Verrat an meiner Person! An meiner Person! Er ist nicht in der Punkanlage. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zug gebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Mein Führer... Sie sind ohne Ehre!